Yo Leute, willkommen zurück hier bei Valheim. Es geht weiter mit dem neuen Gehege für die Schweine. Und das will ich nochmal abreißen hier, weil ich finde jetzt, wenn es ganz so grob ist, ist es auch nicht gut. Ähm. Gerade, gerade. Ähm, ja. Ich weiß nicht. So, jetzt sind wir gerade, ja? Eins, zwei. Oh, den habe ich irgendwo falsch gepackt. So, wir könnten ja eigentlich dann auch, wir machen, ich glaube, das machen wir so. Wir bauen hier keinen Weg nach unten. Der Eingang wird hier sein und man kann ja trotzdem über die Wiese laufen. Einfach, weil das hier mega hässlich wird. Das kriegen wir nicht hin. Vernünftig. Und ich glaube, ich gehe noch einen raus, ne? Äh, bauen. Bauen. Ich hätte den hier hinten. Wir setzen hier zwei. Na, achso. Falsche Taste. Na, jetzt will er hier nicht, oder wie? Pfff. Aaaaaah. Boah, zum Glück. So, ja, so finde ich es okay. So sieht das schön aus. Da kommt ja dann noch eine kleine Hütte rein. Also ganz minimal bloß. Oh, da bricht es ein. Alles klar, ich sehe. Ich sehe es. Da müssen wir was machen. Ich kann gar nicht bewusst essen. Na, komm. Ja. Sag mal. Das war einer zu viel, oder? Ja. Joa, ich finde es okay, aber mach ich ihn doch noch einen größer? Das sagt ihr. Nach hinten könnte man ruhig nur eins gehen. Was ich, glaube ich, praktisch spende. Ähm. Dann machen wir jetzt erstmal hier diese schräge wieder Keule. Na gut, das hatte ich ja eigentlich gemacht zum Farmen, ne? Zwischendurch. Kann eigentlich mit... Ja, man kann es da auch jetzt wegmachen schon. Jetzt kommen wirklich mal so Kleinigkeiten hier dran. Die man immer so nur vor sich her geschoben hat. Ach, hier fehlt jetzt wieder ein Steinmetz. Oh. Warte mal, den reiße ich da kurz ab. Ich hätte das nämlich gerne mal jetzt wieder schickt da oben. Ah, das kann ich nicht sparen... Jumpen. Oh, ja. Das brauche ich nicht. Krass. So. Jetzt müssten wir irgendwie da einen Weg hinbekommen. Also es fängt wieder irgendjemand an, da unten einen Weg reinzubauen, wenn ich jetzt hier keinen hinsetze. Ja, perfekt. Können wir so nehmen. Den hacke ich aber weg hier. Oh nein. Oh nein. Jetzt habe ich mir schon wieder so eine blöde Kante reingebaut. So. Jetzt brauchen wir das Ding wieder da oben, aber ich gehe hier nochmal so ein bisschen her. Überall noch so ein paar Lücken. Ich lasse diese Felder erstmal hier stehen. So. Oh, das sieht aber gut aus jetzt hier. Ach so, ich wollte ja noch ein Stück nach hinten. Das heißt, hier brauche ich jetzt noch gar nicht ran. Äh, ja. Machen wir mal die Schmiede. Äh, Steinmetz meine ich. Wupp. So, hier kommen die Türen rein. Muss ich nur mal gucken, ob die wirklich genau gegenüber liegen. Hier. Jo. Äh, ja. So, dann machen wir die nämlich hier nochmal ein. Äh. Ach, der will hier wieder nicht jetzt. So. So, da kommen die Türen rein. Wo war sie? Diese kleine Gattertür. Da. Dann brauche ich Bronzenägel. Aber da oben sind ja welche drin. Da ist ja auch noch offen. Ich hoffe, dass es noch fertig gebaut wird. Hier. Warte mal, das nervt mich auch schon so extrem lange. Dass es so mitten auf dem Weg steht. Damit ihr auch genügend Schweine spawnen können. So, Holz alle. Da komme ich auch nicht mehr weiter mit dem kleinen Tor hier, ne? Nehmen wir erstmal einen weg. So. Und jetzt, ich brauche so oder so Holz. Ich muss hoch. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel noch in der Holzkiste drin ist. Wahrscheinlich ist hier auch fast leer. Ja. Oh, jo, ey. Du darfst nicht sagen, baue mal sowas, ey. Dann wird übertrieben. Das hätte eigentlich ein bisschen kleiner sein können, weil das ist eigentlich... Ich glaube, das ist ein Ticken zu groß geworden. Ah, da können wir auch die drauflegen, ne? Aber ich glaube, die gefallen mir da nicht. Oder man setzt die doch draußen dran. Anstatt mittig. Weiß nicht. So, hätte ich das halt gern. Geht da nicht eigentlich auch da rein? Da wird die Lücke immer so lassen, ne? Leider. Ah. Geht nicht wirklich auf. Habe ich oben besser hinbekommen, irgendwie. Problem ist nur, wenn wir das nicht machen... Dann backen die hier raus. Jetzt fehlt es an Holz. Ha, ha, ha. Ne? Jetzt. Ja. So, dann muss ich noch mal eine Werkbank klauen, oder zwei Joa Dann nehme ich doch lieber so einen langen Klopp den jetzt einfach so da rein So, das neue Gatte ist fertig Jetzt müssten wir nur noch Schweine finden Aber da unten waren immer welche Na gut, nachdem die Zeit Ah gut, Part ist jetzt eigentlich schon vorbei Oh, gucken wir im nächsten Part Ich bedanke mich, wir sehen uns Haut drin, bis dahin, tschüss